Musik Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play, heute mit Toy Soldiers. Mein Name ist Simon Wirmer und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich zeige euch die Kampagne und zwar zeige ich euch einen bestimmten Level. So, wie weit bin ich gerade? Also, wenn ihr das Review seht, habe ich das Spiel wahrscheinlich schon durch. Vorher mache ich eigentlich kein Review. Wir machen mal diesen Level. Der ist nämlich cool, oder? Machen wir den Level? Ja, wir machen den Level. So, wie spiele ich den? Achso, da, launch. Gut, wir spielen auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, weil ich keinen Bock habe, auf einem höheren zu spielen. Jetzt wisst ihr es. Weil ich spiele das Spiel zum Spaß. Ich will hier gerade keine Herausforderung haben. Ja, das ist übrigens der Ladespiel, wie ihr uns schon erkennen könnt. Ihr seht ja, das Ganze ist so ein bisschen spielzeugmäßig gehalten. Es sind ja auch Zinssoldaten und es ist halt ein Hobbyraum. Hier kann man so drauf achten, mal auf den Hintergrund und Co. Ja, wir sollen das fort, also unsere Festung hier vor den heranstürmenden Gegnern schützen und vor Flugzeugen. Dann machen wir das doch mal. Das ist das Zeichen für Flugzeuge. Das heißt, als erstes kommen Flugzeuge. Deswegen baue ich Flugabwehr. Ich habe schon die etwas stärkere hier. Ach nee, warte mal, das ist eine Haubitze, ne? Ja gut, dann bleibt da die Haubitze. Dann baue ich hier Flugabwehr hin. Das ist Flugabwehr. So, die upgraden wir auch gleich. Hier vorne kommt dann noch ein NG-Nest hin. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier hinten einen Scharfschützen-Tower irgendwo. Ja. Kann ich den benutzen? Ah, so. Wo haben wir welche? Da ist die Base. Da haben wir Flugzeuge. Jetzt zoome ich ganz nah ran. Oh, nicht so weit. Und helfe ein bisschen, die abzuschießen. Ich finde das so cool. So, jetzt kommen Menschen. Da. Das ist so geil, oder? Ich kann hier im Tower sitzen. Mütlich die Leute abknallen. Und meine Türme weniger zu tun haben. Jetzt muss ich nachladen. Und weiter geht's. Da habe ich zwei auf einmal erwischt. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt muss ich ein bisschen... Oh, da. Meine Haubitze ist schon geschossen. Ich werde mal wieder hier rausgehen. So, dann nehmen wir uns in hier. So, ich weiß gerade nicht mehr. Irgendwas war hier vertauscht. Achso, genau. Wenn ich nach unten lenke, lenke ich nach unten. Das ist doch geil, oder? Oh! Out of bounds? Oder was stand da? Gut, dann beeilen wir uns mal. Fliegen wir mal eine Drehung. Oh, jetzt kommen die Reiter. Ich glaube, ich muss meine Base gleich ein bisschen ausbessern. So, hier kommen die Gegner. Dann fangen wir mal an, Bomben zu werfen. Damit können wir das Flugzeug abstürzen lassen. Man sieht schon, ich habe schon erste Erfolge hier. So, dann schützen wir unseren Hintereingang mal hier. Das hört sich überhaupt nicht versaut an. Ich überlege gerade. Dann machen wir nochmal so einen Giftturm. Der ist gut gegen kleinere Einheiten. Der lässt sich später, glaube ich, zum Flammenwerfer upgraden. Ah, hier kommt ja die Hälfte durch. Wollen wir hier noch irgendwo... Können wir das noch schnell upgraden? Ich mag, dass er das rechtzeitig noch schafft. Sonst muss ich mich da ransetzen. Ach, das ist schon ein Flammenwerfer. Na, komm, werd fertig. Oh. Eh, eigentlich wollte ich doch... Wieso ist das denn? Das soll doch noch ein MG-Turm werden. Mann, 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 Mann. Dieses Spiel. Habe ich mich wieder verklickt. Ich werde immer so nervös, wenn ich hier aufnehme. Und dann verklicke ich mich andauernd. Fully upgraded, okay. So, als nächstes kommen wieder Menschen. Ich kann auch die Welle automatisch starten lassen. Das tue ich jetzt aber noch nicht. Oh, jetzt habe ich es doch getan. Ah, ich werde hier wieder alle vorwegbomben. Und auch hier ganz normal schießen. Aber es ist schwer, damit zu treffen. Deswegen schmeißen wir jetzt lieber Bomben. Ja, danach ist das Flugzeug irgendwie unbrauchbar, weil ich damit auch nicht fliegen kann. Oh. So, Leute, da bin ich wieder. Tut mir leid. Bevor hier noch einer denkt, dass ich beliebt bin. Das war nur mein kleiner Bruder. Der mich ein bisschen nervt. Oh, die dürfen hier nicht zu weit kommen. Also unsere Verteidigung vorne ist ja noch nicht ganz so doll ausgebaut. Ja, habe ich glaube ich im Review gar nicht gesagt. Man kann hier ein paar Sachen kaputt schießen, dann kriegt man extra Punkte. Scheiße, ich muss hier mal ausbauen. Ist mir egal, der wird jetzt geupgradet. Den upgraden. Machen wir das auch. Das geht ja nicht, dass ich hier ewig so rumeiere, ne? Dann machen wir hier nochmal Flugabwehr. Weil wir wissen ja, am Ende ist hier so ein... Ach ja, den gibt es auch noch. Das ist der kleine Flieger. Oh, da habe ich die falsche Taste. Scheiße. Es gibt hier am Ende einen Endgegner. Und der ist ein bisschen größer. Deswegen brauchen wir schön viel Flugabwehr. Kann auch hier Kamikaze machen. Aber wenn man nicht ordentlich trifft, dann bringt das natürlich überhaupt nichts. Bam. Wo schießt der denn hin? Da muss er hinschießen, genau. Ja, jetzt kommen die Gegner auch noch von hier. Aber die nerven eigentlich nur gar nicht. Also irgendwie... Wir machen mal ein paar Geschütze hin, dann kommt da nichts mehr. Ich lade schon die zweite Welle hier. Also die sind nicht wirklich gefährlich. Später kommen die auch noch von hier. Also... Muss man ein bisschen aufbessern hier. Oh, da habe ich gar kein Geld für gerade. Will die Kamera mal drehen? Ja, so. So, hier haben wir... Wie weit schießt der? Ja, das ist ja auch nicht sonderlich weit, ne? Und so eine Hobbitze. Hobbitze ist jetzt auch nicht so weit, ne? Hm. Ihn? Ja, machen wir noch so einen. Ich muss den ja nicht zwanghaft die ganze Zeit benutzen. So. Machine Gun. Ja, ich starte mal schön die ganzen Gegner hier. Zwei sind hier angekommen. Ne, vier. Ich kann ja mal... Ich kann ja mal gucken, wo die Gegner herkommen. Ach, da kommen die her. Können wir mal ganz nah rangehen. Das ist doch eine coole Sicht, oder? Da sterben sie. Da sterben sie. Ui. So, als nächstes kommt Panzer. Für die rüste ich mich hier schon mal. Oh, da kommen welche ganz nah am Eingang. Oh, da kommen wir jetzt irgendwo von da. Fliegen wir jetzt extra tief. Oh, langsam, noch nicht so schnell. So. So, und dann. Schon ein bisschen was zerstört. So, jetzt wieder langsam. Nach unten gucken. Ah, so. Also, man sieht, man kann schon Schaden machen. Aber... Ah. Nicht ganz so einfach. Hier kann ich auch noch mal... den Läuser drauf machen. Sniper Tower. Also, ich kann damit auch auf die Panzer schießen. Also, effektiv ist was anderes, aber... sieht gerade gar nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss mal eher hier schützen. Also, da muss man schon ein bisschen vorehmen. Sonst trifft man überhaupt nicht. Oh, das sieht ja schon fast nach einem Durchbruch aus. Ah, ich muss hier aufpassen. Jetzt kommen auch schon die nächsten Truppen. Das ist das Problem. Also, das kommt halt nicht irgendwie... Hier übertreibt das Spiel gerade ein bisschen. Mal gucken, habe ich hier irgendwo noch... Oh. Die kommen ziemlich nahe. Die schießen ja auf meine Stellung. Ist auch nicht gut. Jetzt wird er geröstet. So, ganz schnell reparieren. So. Dann müssen wir die Aircraft... äh, die Anti-Flug-Dinger upgraden. Upgraden. Na ja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ich gewinne. So, der ist voll, der ist voll. Habe ich kein Geld für, oder was? Ja, ihr seht ja schon, dass hier gleich der Zeppelin kommt. Setze mich dann schon mal an das Geschütz hier. Das upgraden wir noch mal schnell. Plötzlich noch ein Video. Nö. Gut. Nein, wollte ich doch gar nicht. So, bewege die Kamera, du. Ja, ich kriege die Kamera gerade nicht so bewegt, wie ich das gerne hätte. Das ist jetzt schon die stärkste Flak, die es gibt. Die kriegt man eigentlich erst später. Da sehen wir das schon. Jetzt heißt es eigentlich nur noch draufhalten, die blöder. Ihr seht, ich mache ohne Ende Schaden. Das tut man halt eigentlich nicht. Ich glaube, man kann auch auf die Dinger da schießen. Das macht dann extra Schaden. Das Ding hat auf jeden Fall Zonen, wo es mehr Schaden macht und wo es weniger Schaden macht. Habe ich auf jeden Fall so das Krül. Dann habe ich ihn auch gleich. Wenn ich cool wäre, könnte ich auch hier auf die Menschen schießen, wenn die von da kommen. Also, das Ding ist ohne Ende tödlich. Gibt es eigentlich nichts, dem entgegenzusetzen. Ich könnte jetzt auch das einfach den Zerwin abknallen. Wenn ich ihn wieder mal treffen würde. Kann ich eigentlich die Schäler kann ich nicht abschießen. Ich mache keinen Schaden, ne? Das ist auch reichweig, glaube ich. Können wir nochmal ihn hier benutzen. Na komm. Hoch. Machen wir den Flugzeug kaputt. Das ist doof, ich darf nicht an den Rand kommen, weil sonst hört er einfach auf. Also, der dreht sich dann. Jetzt schießen mich die Geschütze auch schon ab. Gut, dann beeile ich mich mal, bevor er am Ende noch gewinnt. Das wollen wir alle nicht. Das ist jetzt die kleinere, ne, das ist gar keine Flak. Hier ist die kleinere Flak. Ja, das war's schon. Ich gehe nochmal ein paar mal rein, pfeffern in die Suppe. Ja, seht ihr? Macht da Multi-Damage. Puh, also den haben wir schon mal besiegt. Ja, haben wir die Mission auch gleich geschafft. Also, das ist schon so ein typisches Toy-Storage-Level, würde ich sagen. das ist jetzt schon eins von der Interessanteren. Oft hat man irgendwie, wenn man zwei, drei Türme hat, braucht man gar keine Angst mehr haben. Wenn man sich auch selber an die Geschütze setzt. Einfach, weil das, weiß nicht, weil man selber so stark geworden ist, dass ich das, ja, dass man halt keine Angst mehr haben braucht. Ja, komm, Nachbarn, dreht komplett durch. Ist gleich vorbei. Oder auch nicht. Gut. Oh, die sind irgendwie gar nicht gefährlich. Ich setze mich schon mal ins Geschütz hier und warte, dass da oben Ready steht. Oh. Macht mich nicht platt. Gut. Dann erledigen wir die mal. So, das war der erste. Ihr seht halt auch, wenn ich treffe, mache ich ungemein Damage. Das sind zwei auf Marder und so ein Spaß. Also die können mir eigentlich nichts. Und das war's auch schon. Ich würde sagen, das war's auch mit meinem Let's Play. Vielen Dank fürs Zugucken, falls ihr bis hierhin zugeguckt habt. Werte kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja. Ciao, ciao.